auf auf geht aufzunehmen wird neu gestartet also ich glaube die 15 minuten sind umgewesen, haha warte jetzt so, ich tue jetzt nicht mehr mit anordnen ich mache ganze sessions, d.h. ich starte und tue irgendwann auf und dann wird automatisch um 15 minuten gezahlt da habe ich auch nicht so viele probleme mit das läuft eigentlich auch ganz gut so muss ich immer so auf die zeit achten habt ihr genau 15 minuten immer von mir wenn ihr wollt, heißt es nein, ja, diese ladezeit so schön das spiel ist, die ladezeit ist immer zum gott ich konnte nicht schlafen also beschloss ich unseren wachposten einen besuch abzustatten in der dunkelheit denkt man schnell wieder an zu hause ich dachte an george daran wie wir hinter seinem haus feuerwerkskörper aus glasflaschen abschossen dass wir in der schule immer in die gleichen mädchen verliebt waren und dass er jetzt schon längst tot sein konnte ach ja, jetzt kommt das tja, die meiste zeit über habe ich für mac funksprüche ans hauptquartier weitergeleitet krauts habe ich erst später gesehen war sicher ein anstrengender morgen, was? mhm m5 ist auf dem weg hierher um uns zu unterstützen stoß zu ihm sichert die stadt niemand weiß wie viele krauts in der nähe sind passt also auf viel glück jungs m5 hat es ein stuart panzer kein schirm, das ist ein m4 so red kommt hierher im laufschritt geht klar das ist nicht so, dass es vorgibt ja auch kein problem wenn ich jedem stiebe hier an so seiten dinger ich weiß auch warum granale granale ne, 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 ne ich meine granaten keltnisse hier die schlachten uns ab Na gut, Abschlacht nur steht jetzt netten an. Ach komm, wir behalten die seit hier noch ein bisschen. Reds! Los! Schmell! Die Mission nicht so schnell leer wäre. Feuer verlangen! Schwerfeuer. Immer schon das alte Spiel. Oh, bald hat er jetzt eine Bar, genau, haha. Also gibt's besser Schwerfeuer. Die Mission angastisch. Wo ist er der jetzt? Achter der ist schon maledisch. Warum ist die MP50? Ich weiß nicht, was ich finde, da ist er. Da ist er. So. Los, los, los! Achtung auf ne Puck! 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 Mal gegen! Das war schon mal noch Schmell, Alter! Oh man, nee! Wow! Feuer frei! So, erst mal nach vorne ziehe. Noch mehr Puck! Noch mehr Puck! So. 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 Oh Mann! So. 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 verwenden. Aber auch die, die kamen, die nicht, Jungen. Na los, Bewegung! Da lang, im Laufschritt! Ihr habt's gehört. Unser Schatz! Da sind noch mehr, Deutsche! Gernade! Gernade! Ich glaub nicht, ich mag den Kran. Sperrfeuer! Schuss! So. Hier! Heinten die Augen offen, es könnten noch mehr da sein! Los! Verstanden! So. und gespart ist aus dem trüge lauft jetzt der ding ist der letzte an der kaum war so nach da drüben ist einer von unsern ja ich dachte doch 1 Uhr fachsinn fachsinn m5 stuart gruppe zu mir schönes ding ständig rette ich deinen arsch sag mir einfach nur was ich machen soll zieh mich als teil deiner gruppe dritte gruppe bei mir sammeln red ist im zoom gescheitert super da drüben schneller gehen ich sag jetzt gar nix red bewegung darüber rüber zu dieser position beheilung darüber bewegung verstanden los da drüben scheiß stok ich hasse stok red auf geht's im laufschritt jungs böse stok kopf rückwärts rückwärts kopf rückwärts rückwärts jan rückwärts 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 schweiß stok alle hier nach der drüben schnell darüber als alle die meine werden patzer 4 hat er falsch das ist ein stück ich brauche den panzer da drüben los in die richtung ich weiß ja wie ich mit der sehr verschwenderisch ist dann noch komponier auf so gut das hätte er nicht wo bleibt der stuart da sind noch mehr beeilung ich muss nachladen da sind noch mehr deutsche nach der und er schon wieder ein stück nein der verfickte stück ich hasse ihn mann oh mann ich will selbster stück haben mann also ich bin neuland immer im kontrollpunkt speichern ich weiß nicht mehr oh mann der stück naja ich habe die 생각을 betracht es ist wirklich so jetzt red na los bewegung los da lang so red schl los in die richtung los Das ist ein paar Zähne. Da hat man uns hier bereit für den Scheiß Stuck in den Empfang zu nehmen. Was tun mit dem Schreck mal hier hin? Ob der Scheiß Stuck dann schon? Da geht's! Red! Feuer! Ich bin getroffen! Grenier mal aus hier sein bitte. Hallo? Ich kann die Granate reinwerfen, so ne Scheiße. Ich weiß nicht, weil ich keine Granate mehr habe, oder was? Ah, da hat mich schon gleich ganz gut erledigt. Ich bin da angeflogen. Oh, der ist erledigt! Immerhin war es nur ein Stück und kein Panzer IV, da hat man mit dem... Bleib bei mir! Alle hierher! Wäre das ein Panzer IV gewesen, hätte man keine Chance gehabt. Bleib bei mir! Los! Ich habe über Funk gehört, dass vier Jungs aus der Fox-Kompanie die Deutschen aufmischen. Wusste sofort, dass du das bist. Mann, bin ich froh, dass du lebst. Wir müssen da vorne zu einer Kreuzung. Die ist auf meiner Karte nicht benannt. Okay, los geht's, bleib in der Nähe! Alles wird gut! 200 Orden verliehen, Pongs ist da. Neue zusätzliche Inhalte wurden in Frank Schatz herzlichen Schatz. So. Ah, Mann, nee. Ich hab schon keinen Bock mehr auf die Scheiß, die ihm zum Scheiß-Dur. Da hat man gleich keinen Schirm haben. Die hatten wir da auch aus, ob kein Stuart. Der hätte nix aus. Äh... Ja. So. Dead Man's Corner. George und ich saßen hinten auf seinem Panzer und redeten stundenlang, während wir unsere Notrationen verschlangen. Ist schon seltsam, wenn man im Krieg den besten Freund an seiner Seite hat. Man fühlt sich beinahe unbesiegbar. So, als könnte man mit einem einzigen Panzer bis nach Berlin durchbrechen. Tja, aber die Schwimmungsstuwart. So. Ein Moment mal gerade. So, da bin ich wieder. Ich hab grad gefrühstückt und jetzt geht es weiter. So. Okay, Baker, wir müssen los. Sichern dir die Straße. Deine Jungs können den Panzer als Deckung nutzen. Halt mir die Krauz vorm Hals. Los geht's! Ja, ja. So. Jetzt bin ich erstmal selber vor. Bäumchen. Und wo sind die schon? Panzerfaust? Was Panzerfaust? Wie Panzerfaust? Wo Panzerfaust? So. Ich würd'n paar Sorgen auch noch kurz in deine halten. Ha! Eine Kugel mal ziehen und die trefft. Ha! 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 Da, ha! 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 Vielen Dank.